Danke ich der Pastor Didier, der Leiter der Gemeinde von den Geweihten des Herrn hier in Deutschland ist. Und ich danke auch die ganze Gemeinde. Denn als ich hier in Europa gekommen bin, hat mir die Gemeinde wirklich sehr gut willkommen geheißen. Ich habe eine gute Unterkunft bekommen. Ja, ich bekomme gutes Essen auch dazu. Und all diejenigen, die teilnehmen zu meiner Freude, sollten von der Herr gesegnet sein. Und am Sonntag haben wir über das Thema die Ernte, das Gebet und die prophetische Wörter der Segnung gesprochen. Und am Dienstag haben wir darüber gesprochen, warum den Heiligen Geist. Oder anders gesagt, wir haben über die Rolle des Heiligen Geists gesprochen. Und heute möchte ich über das Thema das Gebet und den Heiligen Geist sprechen. Und dafür lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 zu 4. Das lese ich hier auf Deutsch. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 zu 4. Und als der Tag der Pfingster sich erfüllte, waren sich alle einmutzig beisammen. Und es erstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und er füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzen. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Amen. Amen. Wie ihr das feststellen könntet, In dem Text geht es um die Jünger, die erfüllt waren von dem Geist Gottes. Man redet auch über neue Sprachen. Denn die Bibel lässt uns wissen, dass sie fingen an zu reden in Sprache, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ja, ich möchte darüber reden, wie jemand getauft sein werden kann von dem Geist Gottes. Oder wie kann eine Person erfüllt sein von dem Heiligen Geist. Ich möchte auch über neue Sprachen sprechen. Ich weiß, dass der Herr verschiedene Wege genutzt hat, damit die Jünger getauft sein werden von dem Heiligen Geist. Und hier lasst uns die Bibel wissen, dass sie zusammen waren an einem Ort. Und es war an einem Ort, wo sie sich regelmäßig getroffen haben, um zu beten. Und als sie zusammen waren in dem Ort, kam der Heilige Geist plötzlich herab. Und sie wurden erfüllt von dem Geist Gottes. Und sie fingen an, in neue Sprachen zu sprechen. Und wenn wir in der Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 44 lesen, auprès des Korneus, was Korneus angeht, die Bibel sagt es so, lasst uns die Bibel folgendes wissen, als sie das Wort Gottes zuhörten, wurden sie auf einmal erfüllt von dem Heiligen Geist. Und man hat es zugehört, wie sie in der Sprache gesprochen haben. Und sie haben den Herr verherrlich. Donc, jemand kann also getauft sein, während die Person das Wort Gottes zuhört. Lui auch, und er selbst, kann auch von dem Heiligen Geist getauft werden. Lorsque nous lisons au Livre d'Acte 19,6, und wenn wir in Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 6 lesen, oder in Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 6,6, lasst uns die Bibel wissen durch das Handläge, dass die Disziplin des Fäzes étaient baptisés du Santest. Wo denn die Jünger von Epheser von dem Geist Gottes getauft? Es heißt die Hand, ein Diener Gottes, de celui qui remplit du Santest. Die Hand von einer Person, die erfüllt ist von dem Heiligen Geist, kann auch genutzt werden, um eine Weiterleitung zu machen, eine Weiterleitung des Heiligen Geists auf dem Mensch, auf den die Hände gelegt sind. C'est pourquoi il faut faire attention. Deswegen müssen wir da achten, c'est pas n'importe qui, n'importe qui, qui peut prier pour toi. Denn nicht irgendeiner kann für dich beten. Souvent nous transmettons, denn manchmal können wir Sachen weiterleiten, ce que nous recevons de Dieu, was wir empfangen von Gott. Oui, quand tu es baptisé du Santest, und wenn du von dem Geist Gottes getauft bist, du hast du von Gott empfangen, du kannst auch prier für jemanden, und du kannst die Hand legen, und du kannst die Hand legen, für jemanden getauft sein wird von dem Heiligen Geist. Aber die Bedingung, die immer da ist, es ist wichtig und nötig, dass wir uns zu Jesus Christus kommen. Wir müssen an Jesus Christus glauben, denn die Taube des Heiligen Geists, es ist eine Versprechung, die gegeben wurde, an all diejenigen, die an Jesus Christus glauben werden. Das ist ein Prinzip, jeder Christ, jeder Person, die an Christus geglaubt hat, sollte getauft sein im Geist Gottes. Ja, die Person sollte getauft sein im Geist Gottes. Ja, wir werden auch merken, die Bibel lasst uns wissen, dass sie erfüllt worden sind von dem Heiligen Geist, denn erfüllt zu sein und getauft zu sein, sind einfach Synonyme. Sie haben angefangen, in neue Sprachen zu sprechen, und wir können sagen, dass die Tatsache, dass man im Zunge redet, ist auch ein Zeichen davon, der Teufel im Heiligen Geist. Ja, es ist ein Zeichen, sehr souvent celui, die baptisierte für die erste Mal, denn in der Regel, derjenige, der getauft ist für das erste Mal, sollte normalerweise eine neue Sprache sprechen können, im Zunge sprechen zu sein. Denn es ist ein Zeichen, was uns beweist, ist, dass die Person erfüllt ist von dem Geist Gottes. Ja, die Tatsache, dass wir im Zunge reden, ist nicht nur das Zeichen, um zu beweisen, dass wir erfüllt sind vom Geist Gottes, sondern es ist auch ein Zeichen davon, die uns zeigt, dass Gott auch zu Menschen spricht, die heidend sind, die unglaublich sind. Und wenn der Herr mehrmals zu dir spricht, du manches der Hoffnung, und dass dir Glauben fehlt, du verstehst sein Wort nicht, dann kann er auch andere Sprachen nutzen, für diejenigen, die einfach Zweifel haben oder die nicht so einfach glauben. Ich möchte, dass wir jetzt, im 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 21, lesen. Also ich lese im 1. Korinther, Kapitel 14, und ich rede hier über die Tatsache, dass wir im Zunge reden. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 21, den Punkt werden wir noch nennen, aber ich möchte es jetzt zuerst ansprechen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremde Sprache und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Amen. Amen. Je parle, je leute auch in Französisch, pour bien comprendre. Amen. Er liest jetzt auf Französisch, damit wir es alle verstehen. Il est écrit dans la loi. Je lis encore 1. Korinther 14, 21 in Französisch. Im Gesetz steht geschrieben, Il est écrit dans la loi. Im Gesetz steht geschrieben, Ce n'est pas des hommes d'une autre langue. Ich will mit fremden Sprachen et pas des lèvres d'étrangers und mit fremden Lippen que je parlerai à ce peuple zu diesem Volk reden et ils ne m'écouteront pas. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören. Même ainsi dit le Seigneur spricht der Herr. Quand Dieu nous parle, wenn der Herr zu uns spricht et nous n'écoutons pas et nous n'écoutons pas ce qu'il nous demande des frères, il ne peut aussi utiliser des langues étrangers. Il peut aussi utiliser des langues étrangers. Donc des langues étrangers et ces langues étrangers ça montre que le peuple est incrédule il faut pas d'utiliser ces langues étrangers. Et donc il veut God une autre Sprache ou une autre Sprache ou une autre Sprache ou une autre Sprache Oui, je voudrais parler aussi davantage du parler en langue. Et je voudrais parler de la Tatsache que nous parlons toujours dans le livre de 1 Corinthiens 14 si ma soeur peut lire de 1 à 4 vers 1 à 4 et puis vers 14 à 21 vous pouvez lire ma soeur Streb nach der Liebe doch bemût euch auch eifrig um die geisteswirkungen am meisten aber dass ihr weisert denn wer in Sprachen redet der redet nicht für Menschen sondern für Gott denn niemand versteht es sondern er redet Geheimnisse im Geist wer aber weiß wer aber weiß wer aber weiß wer redet der redet für Menschen zur Erbauung zur Ermahnung und zum Trost wer in einer Sprache redet er baut sich selbst wer aber weiß er baut die Gemeinde Amen Amen Verset 17 du lest de 1 à 4 tu peux lire verset 14 aussi Vers 14 im 1er Corinthiens Kapitel 14 denn wenn ich in einer Sprache bete so bete zwar mein Geist aber mein Verstand ist ohne Frucht Je peux ajouter toujours 21 jusqu'à 22 und Vers 21 zu 22 im Gesetz steht geschrieben ich will mit fremdem Sprache und mit fremdem Lippen zu diesem Volk reden aber auch so werden sie nicht auf mich hören spricht er darum dienen die Sprachen als ein Zeichen und zwar nicht für die Glaubigen sondern für die Unglaubigen die Weissagung aber ist nicht für die Unglaubigen sondern für die Glaubigen Amen Amen Vous voyez le jour de la Pentecote am Tag von Finstern Dieu n'a pas donné seulement le Saint-Esprit à ses Disciples hat Gott nicht nur den Heiligen Geist zu seinen Jüngern gegeben zu den Jüngern Christus Il a donné aussi de nouvelles langues sondern er gab ihnen auf neue Sprachen Dieu ne peut pas donner quelque chose an und Gott kann nicht etwas umsonst geben Il a disponibilisé de nouvelles langues er hat die Sprache zur Verfügung gestellt ou qu'on s'en serve même dans nos prières damit wir sie nutzen sogar während wir beten parce que la Parole dit cesse denn das Wort Gottes sagt uns folgend celui qui parle en langue parle à Dieu parle à Dieu ne parle pas aux autres c'est mieux toujours de parler à Dieu et encore celui qui parle en langue c'est qu'il dit des merveilles c'est un esprit qu'il dit des mystères donc quand tu pries en langue l'esprit de dieu est en train de sonder les profondeurs des mystères de dieu c'est ainsi que vous allez voir il y a des choses que nous connaissons parce que nous les voyons souvent parce que nous les entendons souvent parce qu'on y pense mais il y a des choses auxquelles on y pense même il y a des choses auxquelles on y pense même pas on y entend pas on ne voit pas mais l'esprit de dieu lorsque tu pries en langue lui même il sonde il sonde il il sonde où tu parles lui dit l'esprit amen l'esprit pourrais lire cela en corinthian 2 9 à 11 Und ich möchte, dass wir es im 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 9 zu 11 lesen. Ich lese hier vor. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 9 zu 11. Sondern wie geschrieben steht, was kein Ohr gesehen und kein Ohr gehört und keinem Mensch ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott beoffenbar durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles auf die Tiefen Gottes. Amen. 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 Es steht geschrieben. Es sind Sachen, die kein Ohr gesehen hat und kein Ohr gehört. Und kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das Volk Gottes liebt Gott. Aber wenn du in Zunge betest, der Geist allein sonde, die Geist allein sonde, die Geist der von Gott kommt, sonde die Tiefen, denn der Geist kennt die Dinge zu Gott. Und er offenbar die solche Sachen, und deswegen ist es immer nötig, in Zunge zu beten, denn allein den Geist Gottes, sonde die Tiefen Gottes erforscht, dass es dir offenbar ist, Sachen, die du noch nie getan hast, Sachen, die kein Ohr gehört, es sind einfach Wunscher, es sind Geheimnisse, und es ist nötig, in unserem Leben, dass wir auch im Zunge beten, derjenige, der im Zunge spricht, réellement l'Esprit, die die Dinge zu beten, zudem der Geist der verborgene Sache offenbar, wird in der Tiefe bringen, aber du solltest nur beten, wenn man dir sagt beten für jemanden, wenn man dir sagt beten für jemanden, wenn man dir beten, aber nicht auf dem Thema, dann fang an zu beten, l'Esprit seul, und der Geist allein, die Tiefen Gottes erforscht, wird offenbar, warum du beten hast, und später wirst du es verstehen, ja, im Zunge zu reden, fortifizieren die Hoffnung, es versteckt den Glauben einer Person, in Zunge zu reden, es baut jemand auf, und es ist wichtig, dass wir in Zunge reden, es ist etwas, was wir empfangen haben am Finstern, und das können wir nicht vernachlässigen, im Zunge zu reden, oder im Zunge zu sprechen, denn im Zunge zu beten, oder im Zunge zu sprechen, es ist ein Esprit der Glauben, das geschieht durch den Geist Gottes, der mitbetet, und ich lade die Gemeinde dazu ein, sehr oft, de prier mit der Intelligenz, ja, mit der Intelligenz zu beten, du prier mit der Intelligenz, du betest mit deiner Intelligenz, weil es hilft jemanden zu verstehen, du musst auch im Zunge beten, denn es gibt auch Sachen, die du nicht kennst, und allein, der Geist Gottes, erforscht, und er weiß, warum er sich dazu geführt hat, zu beten, ob der Feind der Satan heißt, wird manchmal verwirrt, er versteht nicht, warum du betest, und er flieht von dir, ja, der Herr hat uns diese neue Sprachen gegeben, und wir consensieren, damit wir sie nutzen, und damit, wir werden große Taten tun, wenn wir in 1. Korinther durchlesen, Kapitel 14, wir haben eine Begegnung, zwischen der Prophezei, und dem Gebet im Zunge, man sagt, weissagen ist gut, es erbaut derjenige, der zuhörst, es ist auch nötig, mit einem langage intelligenten, so dass andere Menschen es fern. Faut-il qu'on abandone des Prions langes? Nein! Quand wir lese, in 1. Korinther 4, wird gesagt, dass wir im Geist beten müssen, das heißt, im Tunge beten müssen, aber es wird auch gesagt, wir sollten mit unserer Intelligenz beten, ja, ganz normal beten, mit Sprachen, die andere Menschen verstehen, Du hast nicht nur Französisch, oder Deutsch, oder Englisch, oder deine Mutter, in der Karte, du musst priehen, in solchen Sprachen, du musst nicht mehr beten, sondern dazu, du musst auch im Tunge beten, denn es gibt Geheimnisse, wenn du im Tunge beten, es gibt Geheimnisse, die geschehen, Amen! Oui, je pense, es passate 1,14, ja, das ist im 1. Korinther 4, n'interviert pas, de ne pas prier, du solltest es nicht verboten, im Tunge zu beten, parce qu'on n'est pas compris, denn allein bei Menschen, es nicht versteht, sondern es mutigt uns, d'utiliser, die 2 Arten des Gebetes zu nutzen, prier mit Intelligenz, das heißt, in der Sprache, die Verständnis, aber auch im Tunge, denn es gibt Sachen für dich, du nicht weißt, warum bete ich denn, und wir sollten all diese Sprachen nutzen, wir beten mit Intelligenz, und wir beten auch im Tunge, und ich kann auf einmal, dir sagen, betet, aber wozu solltest du denn beten, aber du, du solltest allein anfangen, im Tunge zu beten, du weißt nicht, warum du betest, aber nachher wirst du es verstehen, die Gemeinde ist dazu eingeladen, sehr oft im Tunge zu beten, sehr oft, im Tunge zu beten, wir wollen terminer par, ein Text, und ich möchte mit einem Text, wir können in Matthäus, Kapitel 17 durchlesen, Matthäus 17, 21, Matthäus, Kapitel 17, wir fangen ab dem Vers 14 bis zum Vers 21, ich lese hier auf Deutsch, und als sie zu Volkstmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mundsüchtig und leidet schwer, er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie könnten ihn nicht heilen, da antwortete Jesus und sprach, oh du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen, bringt ihn her zu mir, und Jesus befahl dem Dämonen, und er fühlte vor ihm aus, und der Knabe war gesund von jeder Stunde an, da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum könnten wir ihn nicht austreiben, Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesen Bergen sprechen, hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Amen. Je vais appuyer le verset 21, ich möchte wirklich den verset 21, lezette Sorte des Dämonen, aber diese Art von Dämonen, ne sortent que par la prier, et par le Jeun, fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Il y a des situations, que nous traversons, es gibt Situationen, die wir erleben, die erfordern, non seulement de prier en Intelligenz, dass wir nicht nur mit unserer Intelligenz beten, sondern dass wir auch im Zunge beten, und dass wir nicht nur im Zunge beten, sondern dass wir dazu noch fasten. Das ist wirklich ein Ratschlag Gottes. Wenn die Jünger diese Dämonen nicht austreiben könnten, Jesus sagt, weil ihr kein Glauben gehabt habt. Vous savez, Satan, weißt ihr, étant en train de dire, beaucoup de gens, sagt zu vielen Menschen, que le Palan lang se ria, dass im Zunge zu breden, ist nichts. Il a en train de arracher au peuple de Dieu, ein moyen puissant, pour lequel il va vaincre Satan. Und er nimmt zu dem Volk Gottes ein wichtiger Mittel, wodurch er den Feind einfach besiegen kann. Il y en a même, qui sabotent le Palan. Es gibt sogar Menschen, die meinen, im Zunge zu beten, ist schlecht. Alors que Dieu nous a donné ses moyens, obwohl der Herr uns ein solches Mittel gegeben hat, um zu besiegen, le Dämon, um den Teufel, um Dämonen zu besiegen. Ici, c'est un Fils, qui était lunatique. Und hier geht es um ein Sohn, der mundsüchtig war. Oui, ein Fils, qui est lunatique. Ein Sohn, der mundsüchtig war. Il souffrait cruellement. Und er schweig, und er nittete, et souvent il tombait même dans le feu et dans l'eau. Und er fehlte manchmal, und er fiel manchmal ins Wasser oder ins Feuer. C'était une Situation qui a inquiété ce Papa, cette Familie. Und es war eine Situation, die wirklich die Familie und der Papa einfach beängstigt hat. Je sais que toi aussi, und ich weiß, dass du auch, tu as une Situation qui t'inquiète. Du hast auch eine Situation, die dir einfach leiden verbreitet. Tu as prié pendant longtemps. Du hast lange dafür gebetet. La Situation ist toujours là. Die Situation ist noch da. Mais ce soir, aber heute, je te demande, ich bete dich darum, d'utiliser les trois moyens, dass du drei Mittel nutzt. Prie en Intelligen. Beschett mit deiner Intelligen. Dans la langue que tu connais. In der Sprache, die du kennst. Oui. Ja. Ajoute aussi. Aber dazu, la prière en langue. Betet auch im Zunge. Du verras, la prière en langue va te faire avancer. Und du wirst sehen, dass du das Gebet im Zunge, dass du vorwärts kommet. Non, seulement la prière en langue va te faire avancer. Du wirst nicht nur vorwärts kommet. Du peux ajouter aussi les Jeunes. Sondern dazu kannst du auch fasten. Mais si je commence à comparer, aber wenn ich damit anfange, es vergleichen, vous allez voir, vous priez en Intelligen. Dann werdet ihr merken, dass ihr in Intelligen bett. Dans une langue connue. In einer Sprache, die man versteht. La situation est toujours là. Dann bleibt die Situation là. Tu peux aussi jeûner. Du kannst sogar fasten. Tu avances un peu. Du wirst ein bisschen fordern. La situation peut partir. Die Situation kann sogar sich ändern. Quand la situation peut toujours rester là. Aber die Situation kann weiter hinderstern. Mais utilise du maintenant le Parlement. Aber nutz jetzt das im Zunge der Regen. Pendant longtemps. Während eine lange Zeit, dann wirst du nicht mal müde sein. Parce que la prière avec la langue connue mit Sprache du man te enttiert. Da wirst du manchmal, da werden dir manchmal Wörter prämen. Du wirst commencer dich wiederholen. Und du weißt nicht mehr was du sagen wolltest. Es zeigt einfach dass du wenig Glauben kannst. Aber nutz das im Zunge und dem Zeit es wird nicht mehr du sein der Bete sondern der Geist der Geschenk hat will dir helfen die richtigen Wörter aufzusprechen in der Tiefe zu gehen raus verborgene Sache ins Licht zu bringen und wenn wir solche Mittel lös will die Situation sich unbedingt ändern und ich bete für jemand der eine Situation hat sie länger gedauert und für diese Situation hast du bis jetzt noch keine Lösung die kommen nutze diese drei Mittel betet in einer Sprache die du kennst betet im Zunge und manchmal fastet auch und ich bete für dieses Problem während ich vor dem Bild schrieb dass dein Problem disparaît und wird verschwinden im Namen Jesu denn der Gott der uns diese Mittel gegeben hat ist ein allmächtiger Gott er kann uns nicht diese Mittel um sonst geben wenn er uns solche Mittel müssen wir es nutzen es sehr wichtig ich weiß dass es kranke Personen die wie diese Mund sind deine Krankheit besteht immer noch man hat dafür gebetet und gebetet aber ich weiß heute Abend die n hat der Herr nicht um sonst gesprochen wie er jetzt spricht nut all diese drei mittels und deine Krankheit wird weg die 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 jesu a menace des démons und der dämon ist weggelangen jesu jesu prie aber manchmal jesu als jesu prie pas si man la lang con betet er nicht nur in sprache die wir verstehen sondern er betet auch in zungen und er hat wirklich lange Zeit verbracht und wenn er lange beten konnte dass er wirklich nur in sprache betet die wir verstehen bei ihm auch hätten Wörter fehlen können aber er hatte ein Geist der die Sache er vor zu nähe seinem Vater und dieser Geist offenbarte ihm diese Sache und als er errat kam wusste er ich werde heute ein munsichtiger Sohn bewegen denn der Herr hatte es ihm vorher offenbar und weswegen in einer Kumpel könnte er den Dämon austreifen und der Dämon wurde ausgesrieben denn als er betete der Geist hatte schon er fort hatte schon offenbar heute wirst du gehen und die Menge wird zum See kommen und es wird jemand geben der dich darum beten wird sein Sohn zu heilen der mormsüchtig ist und deswegen zu dieser period hat er nicht viel gehofft sondern er hat die Dämonen ausgesrieben und der Dämonen ist weg gegangen du 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 auch der land der liten empfäng deine Heilung jetzt Gott wird deine situation ändern du bist gesund sein ja wenn wir in Zunge beten werden die Dämonen sogar prien Satan versteht nicht und er ist verbi er weiß nicht mehr wie er stoppen sollte und bestimmte Sachen wenn wir sprechen beten die gauche und droite entend cela il kann dich sogar blockieren denn er weiß sogar was dein Geheimnis ist er weiß was du such aber wenn du im Zunge beten er versteht nichts und der Teufel versteht nichts er ist verbiets und deswegen müssen wir es nutzen Zunge zu beten ist ein wichtiges und mächtiges Mittel was der Herr uns gegeben kann damit er nutzt um verschiedene Probleme zu lösen um verschiedene Gebet am legen er höre zu sehen du hast eine situation die du Gott sollst betet durch all diese drei mittels betet mit deiner intelligence betet im Zunge postet ab und zu mal und ich bin davon überzeugt dass du Ergebnisse sehen wirst der Herr segnet euch we 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 Vielen Dank.